So, hier schnell ein kurzer Blick auf die neue Fenix E09R, aufladbare kleine Taschenlampe mit USB-C-Ladeneingang. Wir können hier lediglich die Abdeckung retourschrauben und dann kommt der USB-C-Ladeneingang zum Vorschein. Es hat noch ein Indikatorlicht, das jeweils den aktuellen Ladestatus anzeigt, respektive den Aufladenvorgang signalisiert. Wenn es voll ist, kommt dann das Licht auf grün zu wechseln. So sieht das aus. In diesem Sinne sind das Indikatorlicht, das der aktuellen Ladestang anzeigt, nicht vorhanden. Vorher ein Knopf zur Bedienung, draufbleiben länger, um einschalten und abstellen. Ein weiterer Knopf drücken, die Lampe läuft und dann können wir die Stufe ändern. Länge draufbleiben und drückthalten gibt einen Turbo mit 600 Lumen. Sobald wir den Knopf loslassen, geht die Lampe retour in die zuletzt gewählte Stufe. Wir können hochschalten bis auf 300 Lumen maximal und der Turbo kommt jeweils mit gedrückthalten vom Knopf. Sperrmodus via Doppelklick und nochmal einen Doppelklick zum Endsperren. Nach dem Endsperren startet die Lampe jeweils immer im tiefsten Hauigkeitsmodus, im Moonlight-Modus, d.h. mit 3 Lumen. Jetzt noch schnell zum Lieferumfang. Hier haben wir die Lampe selber mit einem fix eingebauten Akku plus ein USB-Ladekabel USB-A zu USB-C. Satzhoherringe, Schlüsselringe, Bedienungsanleitung, kleinerer Prospekt und noch Garantiekarte. So sieht das aus hier mit der Verpackung. 600 Lumen, kurzzeitig Burst Modus oder Turbo. 124 m Leuchtdistanz und hier die einzelnen Stufen. 600 Lumen maximal, solange wir den Knopf gedrückt halten. 3970 Candelas. Dort im Burst, in der höchsten Stufe, müsste es noch ein Step-Down geben. Eine Abbe-Regulierung der Hauigkeit, sobald eine gewisse Temperatur erreicht ist. Und geht dann ab 300 Lumen, 100 Lumen, 25 Lumen und dann auch noch in Moonlight-Modus mit 3 Lumen. Wir können ja alle die Stufen einzeln aktivieren. So sieht das Ganze aus. In der Anleitung ist jeweils etwa noch eine Grafik vorhanden über die Runtimes oder über die Step-Downs. Es ist jeweils hier gerade in der Stufe noch 300 Lumen. So wie auch bei 100 Lumen ein kleines Step-Down vorhanden. Das heisst, die Hauigkeit wird ein bisschen runterreguliert, sobald eine gewisse Temperatur bei der Lampe erreicht ist. Das Gleiche auch im Turbo-Modus mit 600 Lumen. Hier habe ich leider die ganz genauen Daten nicht mit dem Step-Down. Weitere Angaben zu diesem Modell findet ihr auch im Onlineshop via www.muelleraltor.ch Jetzt freue ich mich auf eure Nachrichten oder natürlich auch auf eure Bestellungen. ... ... ... Vielen Dank.